Ich bin der X2Go-Projektmanager seit Januar 2015. Ich bin der X2Go Lead Evangelist, das ist schon ein ganzes bisschen länger. Und noch ein bisschen länger bin ich der Eventplaner und Firmenchef, ist die letzte Position auf der Liste. X2Go hat auch einen kommerziellen Arm, man kann bei uns Support-Dienstleistungen einkaufen und das managt meine Firma. Ich habe gerade Events angesprochen, diese zwei Bilder nehme ich jetzt mal als Hoffnung, dass sich hier jemand noch motiviert fühlt, bei uns auch mal im Projekt mitzuarbeiten. Das sind unsere Jahrestreffen, zwei Fotos davon, das nächste voraussichtlich Mai 2017. Aktuell finden die in Essen im Linux Hotel statt. Sehr zu empfehlen, da vorbeizuschauen. Es ist ein Anwender- und Entwicklertreffen, sprich wer X2Go schon im Einsatz hat. Und vielleicht mal der eine andere Frage stellen möchte, die auf der Mailing-Liste nicht so gut passt, da kann ein Entwickler dann wirklich face-to-face fragen. Anmeldungen nehmen wir in Kürze dazu entgegen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema des Vortrags, Ransomware und wie man sich davor schützt mit X2Go. Vor drei Jahren, 5.4, 6.2013, kam ein Herr Snowden in die Medien mit seinen Snowden-Enthüllungen. Das war ein Weckruf. Alle hatten Angst, weil der Datenklau auf einmal umging. Aber sie hatten in dem Moment bloß Angst, ausgespäht zu werden. Ja, Nacktbilder sind so ein Thema, die will man natürlich nicht unbedingt in breit oder im Kreis gestreut sehen. Das ist ärgerlich und peinlich, wenn es passiert. Da gab es ein paar Prominente, wo das passiert ist, wissen wir alle. Wo es dann halt auch noch richtig teuer wird, sind irgendwelche Firmeninterna wie Konstruktionsdaten. Oder denken Sie an einen Hausarzt mit seinen Patientendaten, das wäre auch nicht so toll, wenn da irgendwas an die Öffentlichkeit kommt. Da wird es dann auch richtig teuer, dass es teilweise auch strafbewehrt wird, wenn man sich da einen Lapsus erlaubt. Aber eine Angst vor Daten-Geiselnahme hat damals, 2013, eigentlich noch keiner gehabt. Januar 2016 kam dann das erste Mal so richtig Ransomware in der Presse vor. Und zwar nicht nur in der Presse, sondern auch in der Wild. Das Ding hat wirklich Verbreitung gefunden. Aus Kopieren ist jetzt Stehlen geworden. Der Benutzer hat keinen Zugriff mehr. Lösegeldzahlen hilft aber auch nicht immer. Weil die Dinger teilweise schlampig programmiert sind. Und wenn zahlen sie das Lösegeld, kriegen sie irgendeinen Code zurückgeschickt. Aber ihre Daten haben sie trotzdem nicht wieder. Oder der Erpresser ist gar nicht mehr erreichbar, weil er vielleicht von der Polizei Hobbs genommen wurde in seinem Heimatland. Infektionswege für Ransomware sind klassisch eigentlich Drive-By-Downloads, Zero-Day-Exploits. Sprich, ich habe irgendeine Webseite aufgerufen, eine Lücke in meinem Browser oder irgendein Plugin wird ausgenutzt. Und auf meiner Kiste landet irgendwas, was ich da nicht haben will. Der andere Klassiker sind E-Mail-Anhänge, irgendwelche Fake-Rechnungen oder Sie haben gewonnen, .pdf, .zip, .exe. Ja, Sie lachen, es gibt tatsächlich so Dinge, wo Sie dann drei verschiedene Endungen am Schluss haben und davor das Bild noch zu irgendeiner ganz anderen Endung passt. Die Leute klicken es trotzdem an. Jetzt schauen wir uns die Geschichte von dieser Ransomware an. Wir haben gerade gesehen, 2016 kam sie auf im Januar, aber tatsächlich gibt es Ransomware schon viel länger. Und zwar der erste Ransomware-Virus war 1989 noch für DOS programmiert, der nannte sich AIDS-PC-Cyborg. 96 haben zwei Forscher ein Paper rausgebracht, Crypto-Viology, Extortion-Based Security Threats and Countermeasures. Und das war im Prinzip die Bauanleitung für die ganzen Ransomware-Trojaner, die wir heute sehen. So im Zeitraum 2006 bis 2010 gab es dann auch schon vereinzelt, dass Ransomware aufgetreten ist. Aber die Bezahlmethoden waren damals nur das Problem. Klar, man konnte über Western Union was überweisen. Einer hat tatsächlich das drin gehabt, dass man bei einem bestimmten russischen Webshop was einkaufen sollte. Und mit der Bestellnummer hat man dann seinen Rechner wieder freischalten können. Andere waren auf einem Premium-SMS-Versand aus und haben darüber dann einen Freischaltcode zurückgeschickt. Aber das sind halt alles Sachen, wo sie als Ransomware-Programmierer irgendwo die Chance haben aufzufliegen. Bei Western Union, wenn ich das Spiel zwei-, dreimal mache, steht beim vierten Mal der Polizist hinter mir, wenn ich das Geld abbuchen will. Bei der Premium-SMS ist auch klar, irgendein Betreiber steckt dahinter. Wenn der das Spiel zu lange treibt, dann hat sich die Polizei durchgehangelt von Betreiber zu Betreiber bis zum Endpunkt und weiß, wo sie das Geld wiederholen muss. Aber dann kam halt dieses nächste Puzzleteil ins Spiel. Bitcoin. 2008 erfunden, 2009 erst ein Klein als Open Source rausgebracht. 2011 kam es dann mehrfach bei Heise in News, dass es Bitcoins gibt und dass man da dieses und jenes damit machen kann. Sprich, das Ding war da schon ein bisschen verbreitet. Und ab 2013 ging es dann eigentlich los, dass Bitcoin hinreichend verbreitet war und in Hacker-Kreisen auch als ausreichend anonym oder pseudonym bekannt war. Dass dann die ganzen Ransomware-Entwickler darauf aufgesprungen sind und gesagt haben, okay, wir lassen diesen Blödsinn mit Western Union und sonst was, sondern wir machen das ab sofort mit Bitcoin. Und das war halt das Verfahren, was sich dann durchgesetzt hat. Ab 2013 gab es dann Crypto-Locker und 2016 dann im Januar Locki, der sich dann sowohl stark verbreitet hat, wie auch in der Presse stark gehypt wurde. Daraufhin gab es natürlich noch mehr Trittbettfahrer. Weiterentwicklungen und das sieht man halt bis heute, es gibt ständig neue Varianten, die auf Crypto-Locker, Locki und Co. aufbauen. Teil sind es wirklich Weiterentwicklungen von dem alten Code, teilweise ist es neuer Code, weil sich halt wieder einer hingesetzt hat und bloß das Konzept geklaut hat. Es gibt viel Schrott dabei, weil schwere oder harte Verschlüsselung zu machen ist schwer. Hard Encryption ist hart, aber leider auch einige erfolgreiche Varianten. Und jetzt kommt halt Recops ins Spiel. Recops steht für Remote Controlled Browser System. Das haben nicht wir uns ausgedacht, weder den Namen noch das Konzept, sondern das kommt vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland. Die haben das 2006 veröffentlicht und da gehen wir gleich auch noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber erst nochmal, wie funktioniert eigentlich eine typische Firewall? Firewall kaufen, regel hinzufügen, alles erlauben, fertig. Sieht man leider viel zu oft auch in Firmen und die normale Heimanwender-Firewall funktioniert leider Gottes genauso. Wenn Sie sich eine Fritzbox oder einen Speedport-Router oder sonst was daheim anschließen, von innen nach draußen geht immer alles. Das von außen nach innen blockt das Ding. Und der Unterschied bei Recops ist jetzt halt, dass ich nicht wie eine Firewall, Virenscanner, UTM-Appliance hege und sage, du kommst hier nicht rein, sondern ich sage auch, du kommst hier nicht raus. Es gibt erstmal keinen Scan, keine Signaturen, keine Heuristik, damit habe ich keine diagnostische Lücke, auf die ich Rücksicht nehmen müsste. Ich habe keine Chance für irgendwelche Zero-Day-Attacken und ich habe auch keine Fehlalarme, weil wenn ein Scanner nicht vorhanden ist, kann er auch keinen Fehlalarm werfen. Ich habe das Internet bei dieser Recops-Lösung nur als Guckkasten. Alle aktiven Inhalte bleiben in der DMZ. Als Bildchen kann man sich das ungefähr so vorstellen. So etwas hatten wir bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen. So sieht es in der realen Welt aus und wir machen das jetzt halt digital und elektronisch. Wir sperren das Internet in die Kiste. Die Geschichte dazu, ich habe es gerade schon angeschnitten, dass es da schon seit 2006 was vom BSI gibt. Die allererste Idee dahinter war die sogenannte Linux Graphical Wall. Und das war 30. August 1999, ist das die früheste Erwähnung, die ich gefunden habe und die ich damals auch mitgekriegt habe. Graphical Firewall, Linux Graphical Wall nannte sich das damals. Und kam aus dem Firewall-Handbuch für Linux 2.0 und 2.2 vom Guido Stöpken. Und die Originalskizze habe ich noch im Internetarchiv gefunden, die sieht also so aus. Ich habe meinen Internetanschluss, mein Routerchen, ich habe hier eine Firewall, ich habe hier den Server. Damals war halt die Idee, weil es nichts Besseres gab, das mit VNC zu machen. Auf der Maschine läuft dann mein Netscape als Browser, mein Mail-Programm. Und hier ist die zweite Firewall in Richtung meinem Client-Netzwerk, wo dann die Clients mit VNC auf diesen Rechner zugreifen. Geblockt wird von hier nach hier und von hier nach hier. Das heißt, Verbindung muss ich von hier aufbauen, darf aber nur da hin. Und weiter ins Internet muss die Maschine aufbauen und darf nur da hin, aber nicht da zurück. Sie antwortet immer nur, wenn von hier was ausgehend kommt. Weitere Recops-Vorläufer war Oktober 2001 bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wie gesagt ein Geldinstitut. Und die hatten sich einen NT4-Windows-Termal-Server mit Citrix ins Netz gestellt. Noch im selben Netz wie die ganzen Clients, die liefen aber auch unter OS2, da war das Bedrohungspotenzial noch gar nicht so groß. 2005, 2006 haben sie dann aufgerüstet, haben Redundanz und Virtualisierung ins Spiel gebracht mit zwei großen Servern. Pro Rechenzentrum einer, sind auf Windows 2003 hoch mit Citrix, mit einem eigenen Domain-Konzept dafür, mit Firewall und einer richtigen DMZ, wo die ganzen Server dann drin stehen sollten. Und mit einem Proxy mit Virenscanner. Das war die einzige Linux-Komponente damals, dreimal dürfen Sie raten, wer sie dazu überredet hat. Ja, und 2006 gab es dann auch zeitgleich dazu, zu dieser Upgrade-Aktion, eine dreiteilige Artikelreihe, aktive Inhalte. Die kam in der CAS, das ist die Zeitschrift für Informationssicherheit vom BSI. Und im Teil 3 kam dann eben erstmal dieser Begriff Recops auf, mit der Schilderung, was Sie darunter verstehen. Recops findet sich auch bis heute im BSI-Grundschutzhandbuch im Modul 4.365, Nutzung eines Terminal-Servers als grafische Firewall. Das Ganze war komplett Eigenentwicklung vom BSI, unabhängig von dem, was mein alter Arbeitgeber gemacht hat. Wir waren also gerade fertig und sehen diese Veröffentlichung. Keiner von uns hat denn irgendwas dazu gesteckt gehabt im Vorfeld. Die haben das also wirklich zeitgleich mit uns komplett parallel entwickelt. Bei denen sieht die Skizze dann so aus. Das ist schon ein bisschen bunter als von 1999 aus dem Firewall-Handbuch. Na gut, bunter nicht, aber grafisch schöner aufbereitet. Man sieht auch wieder die Internetverbindung, die Firewall, Application Layer Gateway, ein Loadbalancer, weil die natürlich von einem größeren Szenario ausgehen, mehrere Server, ein Log-Server mit Verzeichnis-Server, denke ich mal, werden die das meinen, was man unter Linux mit LDAP machen würde, oder unter Windows mit Active Directory. Und dann hier Richtung Client jetzt eben die Verteilung über mehrere Switche auf die Clients. Jetzt ist ein Geldinstitut keine IT-Firma und wird sowas nicht vermarkten. Die nutzen das intern und fertig. Durch die Veröffentlichung in der CAS war es aber auch kein Betriebsgeheimnis mehr. Ein Kleinanwender, Zielgruppe von meiner Seite aus, damals waren hauptsächlich Ärzte, aber es geht natürlich auch von Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, kleines Ingenieurbüro oder sowas, wird kein Geld von einem Windows-Terminal, sondern mit Citrix ausgeben, nur um sicher ins Internet gehen zu können. Und Linux ist natürlich auch klar der sichere Ansatz dabei. Deswegen war damals die Entscheidung zu sagen, komm, wir bauen sowas Ding in klein, sicher und günstig mit Linux nach, und wir vermarkten das Ding mal im Nebenerwerbswahls Probelauf. Und ich habe noch in mein Mailarchiv geschaut, also am 25.01.2007 haben wir die erste Mail dann vom Prototyp verschickt, damals noch namenlos, Surfserver. Es gab auch damals schon die Möglichkeit, einen Remote Application Mode zu fahren, sprich nicht einen kompletten Remote Desktop einzublenden, sondern nur die einzelne Anwendung. Den Seamless Mode kennt man, wenn man mit Citrix gearbeitet hat, vielleicht auch schon. Die einzelnen Applications integrieren sich also wie eine lokale Anwendung in den Desktop hinein. Ich kann die einzelnen Anwendungen vergrößern, verkleinern, rumschieben und habe keinen kompletten Desktop im Desktop, der mir im Weg rumgeht. Damals war das noch über NoMachineX, die hatten eine 2-User-Free-Forever-Lizenz, aber eben nur Free as in Beer, nicht Free as in Speech. Und es war halt noch nicht X2Go im Einsatz. Anwendungen waren damals nur einzeln startbar. Ich musste also für jede Anwendung, die ich starten wollte, ob ich jetzt Mail-Programm, Browser, Office, PDF-Viewer starten wollte, einzeln klicken und mich halt dann mit dem Key-File oder Benutzname und Passwort neu anmelden. Es konnte also sein, ein Anwender hat von seiner Maschine aus vier gleichzeitige Verbindungen offen gehabt, weil er halt gerade Mail, Browser, Office und PDF-Viewer offen hatte. Das frisst natürlich Ressourcen auf so einer Maschine. Und ich konnte auch nicht interagieren. Ich konnte also nicht sagen, ich will jetzt im Mail-Programm den Dateianhang aufmachen in dem Office, was ich schon laufen habe. Das ging damit auch nicht. Wir haben dann gesagt, okay, wir programmieren uns was mit einer kleinen GUI. Das war mit X-Dialog bzw. K-Dialog geschrieben. Man baut eine Verbindung auf zum Server hin, kriegt diese GUI präsentiert und kann in dieser GUI die einzelne Anwendungen nachstarten. Dadurch laufen sie in einer Sitzung und ich kann halt auch wirklich aus dem Mail-Programm aussagen, Anhang öffnen in dem Office, was ich eh schon offen habe und brauche nur eine Sitzung dafür. Es war aber ein Support-App dran beim Upgrade, das Ding über diese X-Dialog-K-Dialog-Lösung zu fahren, weil uns D-Blend irgendwann das K-Dialog aus dem Package-Management rausgeschmissen hat und keine Sicherheits-Updates mehr dafür kamen etc. pp. und nach zwei Jahren Betrieb haben wir halt so einige Lektionen gelernt, die eine relativ hart, die andere nicht so hart. Performance ist ein Problem, wenn man das Ding auf einem Windows 2003-Server, der schon für die Praxis-Software mit Datenbank und Anwendung ausgelastet ist, mitfahren will. Eine zusätzliche Firewall-VM war damals gar nicht machbar, rein aus Performance-Gründen. Und es gab ständig Hickhacken mit dem IT-Dienstleister, der in dieser Praxis regulär vorhanden war. Sprich, der die Praxis-Software dort gewartet hat und halt auch so für den First-Level-IT-Support zuständig war. Was haben wir daraus tatsächlich dann gelernt? Wir brauchen eine eigene Server-Hardware und die muss zuverlässig sein. Es kann nicht sein, dass ich alle zwei, drei Monate zu dem Kunden muss, weil irgendwas an der Maschine verreckt. Deswegen möglichst ohne bewegliche Komponenten. Damals hieß es lüfterlos, heute sagen wir auch noch, statt Spinning Rust, nehmt eine SSD dafür. Auf so einer Maschine, die nur für diesen Zweck da ist, kann ich virtualisieren, wie ich Lust und Laune habe. Kann eine Firewall-VM mit dazu packen. Und man sollte wirklich nie als Vorort-Dienstleister auftreten für sowas. Also man sollte sich immer den vorhandenen schnappen, meistens ist es eh ein Systemhaus. Weil One Face to the Customer, das hat schon IBM gepredigt und nicht ohne Grund. Es kommt halt wirklich sonst ständig zu der Situation, die Praxis-Software will irgendein Update übers Netz ziehen. Es geht halt erstmal nicht, wenn man es in die Whitelist eintragen muss, wenn man irgendwas freischalten muss, wenn man Proxy konfigurieren muss. Wer ist schuld? Natürlich der, der die Kiste für sicheres Internet ins Netz gehängt hat. Dezember 2009 haben wir dann gesagt, okay, neue Generation, dedizierte Hardware. Wir wechseln auf Free-Enix, was ein No-Machine-Fork war. No-Machine, muss man dazu sagen, hatte ein kommerzielles Produkt im Angebot, hat dabei aber auf GPL-Sourcen gebaut. Und muss natürlich alle Änderungen in diesem GPL-Code auch wieder veröffentlichen. Und darauf basiert dieses Free-Enix-Projekt. Damit konnte ich also das erste Mal mehr als zwei gleichzeitige User auf diesen Server lassen, weil diese Beschränkung, die No-Machine in den kommerziellen Code eingebaut hatte, einfach wegfiel. Wir haben das Ding dann elektronische Glavbox genannt, nach der Glaskiste, die wir da vorher im Bild gesehen haben. Und ja, als kleiner Hinweis, was eigentlich auf fast allen Säuren mal viel Sinn macht, machen Sie drei Betriebssystem-Partitionen drauf. Wartung, Produktion, Vorback, das predigt IBM seit OS2. Hat es auch in den Redbooks für Linux drin. Es hilft wirklich an vielen, vielen Stellen, weil ich halt immer eine Fallback-Umgebung habe und noch eine, in der ich die neue Version testen kann. Anlaufschwierigkeiten bei der Vermarktung. Die Leute haben das Ding gesehen und gesagt, ah, ist eine Firewall, so etwas habe ich doch schon. Es ist ein sehr beratungsintensives Produkt, das haben wir festgestellt. Aber man kann es in den Markt bringen. Juli 2010 bis März 2011 haben wir dann gemerkt, das mit dem Free-NX, das wird immer mehr ein Dead-End. Offiziell gab es bloß noch Pakete für Ubuntu, nicht mehr für Debian. Neue Releases kamen bloß noch schleppend bis gar nicht. Auf der Mailing-Liste war dann vielleicht noch einer, der ab und zu mal irgendwelche Antworten geschrieben hat, wenn irgendwelche Fragen kamen. Das konnte also so nicht weitergehen und darauf kann man kein Geschäftsmodell aufbauen. Und da begann halt so schleichend unser Interesse an X2Go. Da haben wir im Februar 2012 Geld in die Hand genommen und gesagt, okay, wir sponsern die X2Go-Entwicklung jetzt auch mal finanziell und haben dann April 2012 das X2Go Published Application Feature fertiggestellt bekommen. Und damit ist X2Go jetzt wirklich komplett analog wie ein Citrix-Server nutzbar. Ich kann also hergehen und einzelne Applikationen aus einem Startmenü, was nur lokal eingeblendet wird in den Client, starten und habe trotzdem nur eine Sitzung im Hintergrund laufen. Und ich muss nicht diesen Umweg gehen, wie vorher gestellt, über eine K-Dialog oder X-Dialog, GUI, wo dann im Hintergrund noch offen ist, wo der Nutzer vielleicht mal aus Versehen auch zumacht, etc. pp. Die elektronische Glovebox, die wir uns heute haben, ist eine Hardware aus Esslingen. Das Maschinenchen sieht man hier drüben. Es ist halt wirklich komplett lüfterlos und mit SSD zu haben. Und das Konzept ist jetzt einfach zu sagen, es wird nur noch gemalt. Die Ausführung von dem ganzen Code passiert zentral und der PC weiß gar nicht, was er da malt. Der kriegt halt gesagt, da ein Pünktchen, da ein Pünktchen, da eine Linie. Fertig ist das Mondgesicht oder halt das Browserfenster oder was auch immer. Und damit kann ich halt auch einem uralten Windows XP-Client, das zeigen wir übrigens auch draußen am Stand, noch sicher Internetzugang zur Verfügung stellen. Die Kiste kommt mit ihren zwei LAN-Anschlüssen zwischen DSL- oder Kabelrouter und das LAN. Der DSL-Kabelrouter ist die erste Firewall aus dem Recops-Bild von vorher. Die Clients einrichten, fertig. Clients einrichten bei unserer Lösung ist übrigens ein Samba-Share aufrufen, Doppelklick auf eine Installer-Echse, die aber auch nichts anderes macht, als ein paar Verknüpfungen auf den Desktop zu legen. Die ganzen Echsen liegen auf dem Share. Das heißt, ein Update auf dem Server. Die Clients haben alle die neue Version. Ein paar Screenshots dazu, wie das dann im Betrieb aussieht. Wir haben jetzt hier ein lokales Datei-Manager-Fenster. Wir haben hier den Browser, wie er vom X2Go-Server kommt, auf einem Windows 7 laufen. Auch ein Mail-Programm steht natürlich zur Verfügung. Und eine Live-Demo haben wir am Stand vorne, Stand B2. Das ist im Prinzip hier zur Tür raus, links und bis ans Ende. Und ich kann sagen, wir waren erfolgreich, weil in den über sechs Jahren, wie wir das Ding jetzt am Markt haben, bei grob 50 Installationen mit dem Schnitt 4 bis 5 Usern pro Installation, gab es genau zwei Infektionen von Clients. Und das war halt wirklich so ein Benutzer-Fehlverhalten aus der Kategorie Gier-Frist-Hung. Sprich, hier ihre gewonnenen Flugtickets, Doppelklick drauf, Pöf. Er hat das versucht, in der gesicherten Umgebung aufzumachen, weil es als PDF-getarnt daherkam. Es war natürlich eine Windows-Echse. Wir haben natürlich auf der Maschine keinen Wein installiert, sprich, diese Echse konnte nicht auf der Linux-Maschine ausgeführt werden. Und anstatt, dass der Kunde dann sagt, oh, besser mal die Finger weg, das geht nicht auf, ich rufe meinen IT-Support an, schleuste das Ding ins Produktionsnetz ein, über die Dateischleuse und klickt es da doppelt. Aber auch da hat unsere Lösung wieder eine Schutzwirkung noch gezeigt, weil diese ganzen Ransom-Wertrojaner heute so gestrickt sind, dass sie zweiteilig sind. Sie haben eine Loader-Komponente, die ist möglichst klein gestrickt, dass sie einfach am Virenscanner vorbeikommt. Und erst wenn die auf der Kiste ist, fängt sie an, über HTTP den Schadcode nachzuladen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir sagen ja, du kommst hier nicht raus. Sprich, der hat versucht, seinen Schadcode nachzuladen, und das Ding ist auch noch so blöd geschrieben, anstatt zu merken, es geht nicht, und mal zu sagen, okay, ich warte mal 10 Minuten, vielleicht hat der User gerade kein Internet, und probiere es dann nochmal. Nein, das Ding feuert in der Sekunde mehrfach seinen Request raus, wenn es nicht rauskommt. Hat uns das Log-File vollgeballert, vom Proxy, Access-Denied, das Log-File ist vollgelaufen, wir kriegen einen Alarm deswegen, und wissen, die Kiste hat ein Problem, konnten sie vom Netz nehmen. Also, kein Schaden auf der Maschine in dem Sinne. Natürlich machen wir danach eine Neuinstallation von der Maschine, einfach um sicherzugehen, dass da nichts anderes noch passiert ist. Aber die Maschine ist nicht verschlüsselt worden. Es gab keinen Datenabfluss von irgendwelchen Patientendaten zurück ins Internet oder zu irgendeinem bösen Hacker. Es war einfach bloß bei Betriebsunterbrechen von ein paar Stunden auf dieser Maschine, auf diesem einen Client. Mehr ist nicht passiert. Ja, ich habe es ja gerade schon geschildert, was da passiert ist. Ausbruch gestoppt. Und unsere Reaktion nach dem zweiten Vorfall war jetzt zu sagen, okay, wir gucken jetzt Dateianhänge an, wenn irgendwas Geziptes daherkommt, und wir in dem Zip dann sehen, dass ausführbare Inhalte drin sind oder weitere komprimierte Dateien, kriegt der User jetzt noch dieses Pop-Up vorne hingeballert. Und seitdem ist wirklich gar nichts mehr passiert. X2o skaliert auch gut. Sprich, egal ob ich jetzt mit 10 Usern, 100 Usern oder meinetwegen sogar 1.000 Usern daherkomme wie auf so ein System. Ich muss einfach nur ein entsprechend leistungsfähiges System hinstellen und es geht. Wir haben X2Go-Pakete mittlerweile sogar von Raspberry Pi. Das ist natürlich nicht das, was ich Ihnen für den Produktionsbetrieb empfehlen würde als Server. Aber die Pakete sind da. Man kann sich ein Raspberry irgendwo ins Netz hängen, Headless und ihn jetzt grafisch administrieren, wenn man Lust und Laune hat. Was noch nicht geht auf dem Raspberry, muss ich dazu sagen, ist Benutzer-Support. Also wenn Sie ein Raspberry als Sink-Line nehmen wollen und dort den lokalen Bildschirm per X2Go spiegeln wollen, so wie man es halt unter Windows mit der Help-Funktion machen kann oder wie man es von TeamView oder sowas kennt, das funktioniert auf einem Raspberry als Client-System noch nicht. Aber die Option Fernadministration ist schon verfügbar. Zu Hause sind wir auf Intel und AMD. Da gibt es Pakete für die gängigen Distributionen. Da gibt es auch einen Loadbalancer. Ich kann also eine ganze Server-Farm mit X2Go-Servern fahren. Ich verbinde mich dann gegen den Loadbalancer und der entscheidet aufgrund von meiner Benutzerkennung, meiner Gruppenzugehörigkeit, dem IP-Range, aus dem ich komme, auf welche Server ich überhaupt Zugriff habe, auf welche Applikationen ich Zugriff habe. Und schiebt mich dann auf den Server mit der geringsten Last. Außer ich habe eine geparkte Sitzung, dann kriege ich natürlich die geparkte Sitzung wieder. Wir sind aber auch auf Power-Systemen zu Hause mittlerweile. Power 7, Power 8, Open Power und bald hoffentlich auch System Z. Da spielt uns gerade die Lib-SSH noch ein bisschen einen Streich. Das heißt, ich kann auch Scale-Up statt Scale-Out machen. Wenn ein Anwender in seinem Kellerrechenzimmer schon die AS400 stehen hat seit 20 Jahren, kann er da jetzt auch eine Linux-L-Power mit reinpacken mit X2Go und kann dann mit X2Go und der Linux auf seiner AS400 arbeiten. Also, wenn ich ein größeres Szenario habe und ein User schon AS400 dastehen hat, brauche ich jetzt nicht anfangen, eine Server-Farm aufzubauen mit dem Loadbank, sondern ich kann einfach sagen, nimm deine AS400, da ist nur genug Luft drauf. Eigentlich wollte ich ja auch noch ein Praxisbeispiel zeigen mit einem Kunden, der eine dreistische Benutzeranzahl hat auf redundanten Servern. Der Kunde hat nach einem Beratungsgespräch auch beschlossen, dass er das alles selber besser und billiger kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, billiger mag er sein, aber besser stelle ich mal hart in Zweifel bei den ganzen eklatanten Verstößen gegen BSI-Empfehlungen, die in seinem Konzept dann drin waren. Da hat er sich seine ganze Schutzwirkung so ziemlich zum Teufel gejagt damit. Und mit Security Theater ist Komfortverlust ohne wirklichen Sicherheitsgewinn verbunden. Deswegen machen wir jetzt an der Stelle statt im Praxisbeispiel ein paar Do's und Don'ts. Thema Benutzerkennung. Identische Benutzerkennung zwischen Produktionsnetz und so einer Surfumgebung heißt, wer diese Surfumgebung kompromittiert, wer dort auslesen kann, was sie für Benutzerkennungen haben, weiß automatisch auch, welche Benutzerkennungen sie in ihrem Produktionsnetz fahren und kann gezielte Angriffe gegen diese Kennungen fahren. Warum macht der Kunde es trotzdem? Weil er Single Sign-On haben will und das bei seiner Lösung angeblich dafür braucht. Wir können SSO auch anders, sage ich, weil wir haben es bei unseren Kunden so im Einsatz und auch da geht es sicher. Der Ansatz bei uns ist einfach mit SSH Private Key Files zu arbeiten, die im Benutzerverzeichnis hinterlegt sind. Dann das Thema Dateischleuse. Wir setzen auf eine manuelle Schleuse. Also wer schon mal einen Midnight Commander, einen Orten Commander bedient hat, ungefähr so ähnlich funktioniert unsere Dateischleuse. Man hat auf der einen Seite ein Fenster mit den lokalen Verzeichnissen, auf der anderen die Verzeichnisse von seinem Home Directorate auf dem Surfserver. Und der Benutzer muss halt selber aktiv werden. Er muss sagen, ja, genau diese Datei oder diese ausgewählten Dateien will ich jetzt von da nach da kopieren. Dieser Kunde wollte eine automatische Schleuse mit einem synchronisierten Verzeichnis. Und das ist aus Sicherheitsgründen halt wirklich absolut abzulehnen. Weil wenn es ein Drive-By-Download schafft, in dieses Verzeichnis was reinzukopieren, was sie synchronisieren, dann guckt der nächste User da rein, sagt, oh, eine Dancing-Bunnies-Exit, die will ich mal anklicken. Und das Ding schlägt durch. Exploits dafür existieren bereits. Und da gibt es einen kleinen Exkurs, wie funktioniert denn die DLL-Suche bei Windows? Wenn ich ein Windows-Programm habe, eine Installer-Datei, eine Setup-Exe oder auch irgendeine andere Exe, die kann eine externe DLL voraussetzen. Und wenn ich eine Funktion aus so einer DLL aufrufe, dann sucht Windows erstmal eine DLL mit diesem Namen. Und zwar erst in dem Verzeichnis, in dem diese Setup-Exe oder halt die gestartete Exe liegt. Und nur wenn dort keine ist, sucht es weiter im Pfad. Sprich, ich muss eine DLL nehmen, die den gleichen Namen hat, eine Funktion, die genauso heißt, wie die erwartet wird, aber die andere Dinge tut im Hintergrund. Und da gibt es zum Beispiel vom JRsoft-Inno-Setup die UX-Theme-DLL, in die man Sachen eingeschleust hat, dass dann halt im Proof-of-Concept der Taschenrechner von Windows aufgeht, wenn ich halt diese Setup-Exe anklicke und halt die entsprechend gepatchte DLL mit dem Verzeichnis gelandet ist. Und wie ich den Taschenrechner starten kann, kann ich ja irgendwelche schlimmeren Sachen starten. Virenscanner war das nächste Thema bei diesem Kunden. Klingt jetzt erstmal nicht unvernünftig, dass man sagt, man will dann Virenscanner drauf haben, weil, ja, hatten wir ja damals bei der Lösung bei meinem alten Arbeitgeber auch. Das Problem ist, mittlerweile setzen mehr und mehr Webseiten auf HTTPS. Das heißt, ich kann den Datenstrom erstmal gar nicht scannen, weil er verschlüsselt ist. Ich müsste in diese Verschlüsselung reinschauen. Ich müsste sie also terminieren, sagen, hey, ich bin eigentlich der End-User, zeige mir mal, was da kommt. Und dann meinem End-User wieder eine neu verschlüsselte Verbindung anbieten. Kann man in gewissen Grenzen machen. Der Fehler oder der Teufel steckt da im Detail. Klar, ich kann bei Rechnern, die unter meiner Hoheit sind, ein Zertifikat ausholen und sagen, wenn der Server sagt, ich heiße jetzt Google Chrome, dann glaubst du das einfach. Ja, in meinem Firmenumfeld kann ich das tun. Sowas mag aber zum Beispiel Google Chrome gar nicht. Und deswegen hat Google Chrome hart codiert, wer sagen darf, wer www. Google Chrome ist. Und sobald eine Seite das geschafft hat, von dem Browser so unterstützt zu werden, dass es hard codiert drin ist, habe ich halt verloren mit der Methode. Dann wird die Verbindung nicht aufgebaut oder es wird dem User halt angezeigt, hey, Sicherheitswarnung, hier passt was nicht, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kriege das dann nicht weg. Damit trainiere ich den User dazu, solche Sicherheitswarnungen zu ignorieren. Das kann auch eine ziemliche Sache sein. Das wäre bei euch ja kein Problem, wenn der Browser läuft ja ab der Box, oder? Ich trainiere den User trotzdem dazu, Sicherheitswarnungen zu ignorieren, der nicht ignorieren sollte. Das wäre ein Problem, wenn das auf dem Endbenutzer-PC lief für der Browser, oder? Es ist so oder so ein Problem, weil, wie gesagt, entweder verweigert der Browser und halt sowieso die Verbindung sagt, weil ich habe intern dieses Zertifikat stehen, dieses Zertifikat, was du schickst, passt nicht dazu. Ihr habt ja keinen Chrome vermutlich, oder können die Benutzer auch beliebig aus dem Browser Wir stellen tatsächlich momentan Firefox zur Verfügung darüber, aber ich denke auch nicht, dass es jetzt in Firefox ein dauerhafter Zustand sein wird, dass es grundsätzlich so funktioniert. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob da auch schon irgendwelche Seiten entsprechend hinterlegt sind. Also ich würde an der Stelle einfach nicht mehr scannen. Es ist mehr Aufwand, man hat mehr Hickhack damit, als man damit gewinnt. Das nächste ist halt auch Datenschutz und IT-Security. IT-Security hat das Stichwort Integrität. Ganz heiß ist es, wenn ich über diesen Browser halt auch noch privates Surfen erlaube. Weil dann könnte ich ja, in dem Moment, wo das Ding terminiert und sagt, so, ich mache jetzt hier mal Inspektionen auf Viren, auch sagen, okay, und zeig mir mal, was das alles ist. Schreib das in einen Log-File rein. Und plötzlich habe ich private Daten von einem User, der gerade sein privates Homebanking drüber gestartet hat, der eine private Mail über das Google-Web-Interface geschrieben hat, etc., auf meinem Firmenrechner und bin dafür haftbar, dass ich da jetzt plötzlich mitgeschnüffelt habe. Also schon allein deswegen ist es halt auch abzulehnen. Dann bleibt als nächste Variante zu sagen, ich habe einen Dateisystem-Scanner. Ich scanne halt mein Dateisystem im Live-Zustand ab. Also ein On-Access-Scan und nicht nur ein On-Demand-Scan. Und da muss ich sagen, nach allem, was wir da an Recherche betrieben haben, Linux scheint nicht die Zielgruppe der Antivirus-Hersteller zu sein. Das ist ja auch nicht das Problem. Das ist ja, wenn es auf die Datenschleise kommt, oder? Ja, aber um auf die Datenschleise zu kommen, muss ich ja erstmal im Home-Directory auf dem Software-Server. Er macht Sinn von der Theorie her. Von der Praxis ist es eben, wie gesagt, die Hersteller unterstützen es nicht. Wir haben drei verschiedene Hersteller durchgehabt am Schluss, die alle behauptet haben, ihr Scanner tut, und er tat nicht. Das ganz böse Beispiel, was ich da nennen kann, ist die Firma ESET. Die wirkt damit, dass sie einen Virenscanner hat, der auch On-Access-Scannen unter Linux kann. Und auch Web-Traffic, solange er nicht verschlüsselt ist, scannen kann. Wir haben uns die Demo zuschicken lassen. In der Demo war erstmal nur ein Programm drin, was nur den Web-Traffic scannen konnte. Den On-Access-Scanner haben sie gerne mitgeschickt. Wir haben zwei Wochen lang versucht, über einen Support-Demand zu kriegen, dass wir die andere Version auch mal testen kriegen. Es kam nichts zustande dabei. Und dieser Web-Scanner hat uns beim Start dreimal oder viermal einen Segmentation-Fault geworfen, bevor er dann verkündet hat, dass er richtig funktioniert und jetzt weitermacht. Auch da hätten wir gerne von der Firma ESET eine Stellungnahme dazu gehabt, ob das sehr ernst ist, das so einem Kunden zu verkaufen. Auch da kam innerhalb von den zwei Wochen nichts zurück. Da haben wir dann einen Haken an das Thema ESET-Virenscanner ran gemacht. Der nächste, der uns schwer enttäuscht hat, war die Firma Sophos. Sophos ist eigentlich toll, weil sie ihren Scanner für Linux-Mittel sogar kostenlos, auch für den kommerziellen Einsatz, soweit ich weiß, freigeben. Aber, was die Spitzbuben Ihnen nicht verraten ist, er funktioniert nur dann, wenn Sie System-D im Einsatz haben. Wir haben kein System-D aus diversen Gründen bei uns im Einsatz. Ja, also das wäre eigentlich noch der nächste Vortrag, den ich halten müsste, warum wir kein System-D einsetzen. Jedenfalls, Sie installieren das Ding. Bei der Installation fällt Ihnen erstmal nichts weiter auf. Das Ding läuft durch. Und dann wundern Sie sich, warum der Dienst nicht startet. Und dann schauen Sie nach ETC, Init, Sophos irgendwas. Das Skript ist da, aber es ist leer. Es sind nur Kommentare drin. Die einzigen funktionieren Start-Skripte für das Software sind in den System-D-Units drin. Ja, und da haben wir dann halt irgendwann die Schnauze voll. Haben halt auch den Kunden aus den vorher genannten Gründen dann nicht weiter betreut. Von daher war das Thema für uns dann erstmal durch. Der dritte war, lassen Sie mich lügen, McAfee. McAfee hatte, gut, man muss dazu sagen, sie haben auch nicht offiziell mit Debian Support geworben. Aber, sie hätten Ubuntu Support gehabt und den aber auch nur für 64-Bit-Systeme. Unsere Gastsysteme laufen momentan aus Performance-Gründen noch auf 32-Bit. Sprich, ich muss mein Gastsystem auf Ubuntu und auf 64-Bit ummigrieren, bevor ich den in den Scanner einsetzen kann. Was ich halt auch nicht so von heute auf morgen mal eben spontan mache. Da muss schon der nächste Kunde kommen und sagen, ja, wir sind ernsthaft interessiert, so eine Lösung aber mit Virenscanner haben zu wollen. Sonst gebe ich mir den Aufwand wirklich nicht. Und das andere ist, man muss sich die Wirtschaftlichkeit auch mal anschauen. Was zahle ich für so eine Virenscanner-Lizenz? Für Web-Traffic-Scan, für On-Access-Scan auf einem Server, wo es ja dann wieder nach End-Usern geht, wenn ich das Ding nicht im Einsatz habe und dann halt einmal alle drei Jahre eine Maschine neu aufsetzen darf. Ja, das hatten wir dem Entwickler von dem Windows-Programm, was er da eben auch schon mal vorgeschlagen. Er sollte doch mal ein Preisangebot dafür schicken, was es kosten würde, das damit einzuklingen. Kam aber kein ernsthaftes Interesse zurück, finde ich schade. Eine Wortmeldung da hinten. Moment, da brauchen wir ein Mikrofon. Moment. Einfach dann da behalten und rumgeben. Es geht ja um den BSI-Grundschutz, hieß es vorher. Dass die Lösung nach BSI-Grundschutzregeln, ich sage jetzt mal, auch designt wurde. Sie ist davon inspiriert. Also wenn Sie ein System haben wollen, was wirklich zertifiziert ist nach BSI-Grundschutzmodul, so und so und Common Criteria und so weiter. Nein, das kriegen Sie bei uns nicht. Ich denke, Common Criteria ist auch nicht das Thema, weil da ganz andere Kosten und ganz andere... Das ist es halt. Also wenn Sie jemanden sind, der sagt, er braucht dieses Zertifikat, er muss das nachweisen, dass er Common Criteria erfüllt und bla, sind Sie bei uns nicht richtig. Da gibt es Anbieter, die sowas anbieten, aber halt in einer ganz anderen Preisklasse als wir. Der Virenscanner ist ja auch im BSI-Grundschutz genannt, oder? Ja, der steht drin. Ich meine mich aber zum Beispiel dunkel erinnern zu können, dass das BSI selber, zumindest für einen Privatanwender, einen Satz sagt, auf Linux ist momentan kein Virenscanner notwendig. Okay, danke. Ja, ein Thema, was bei diesem Kunden jetzt nicht explizit zur Sprache kam, aber was ich sowohl bei meinem alten Arbeitgeber immer wieder diskutiert habe, wie auch bei anderen Kunden gesehen habe, das Thema Netztrennung. Netze mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau gehören nicht auf die gleiche Hardware. Das heißt, wenn Sie eine Trennung zwischen Internet-DMZ-Bereich und Produktionsnetz fahren wollen, dann nehmen Sie bitte kein VLAN auf dem gleichen Switch. VLANs sind ein Management-Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger, sind keine Sicherheitsmaßnahmen. Es gab früher immer wieder Exploits, um Switche dazu zu kriegen, Pakete VLAN übergreifend hin und her zu werfen. Es wird nicht der letzte gewesen sein. Tun Sie sich das bitte nicht an. Zum Abschluss, wir haben ja noch ein paar Minuten, möchte ich noch ein bisschen was über das X2Go-Projekt an sich erzählen. Wir suchen gerade wieder massiv Freiwillige. Frauen sind bei uns besonders willkommen, weil bei uns geht es nicht so wie auf der Linux-Kernel, Mailing-Liste. Das Gelächter zeigt, die Leute kennen gewisse Aussetzer, die die Herren da auf der Liste ab und zu mal haben. Trotzdem sind bei uns relativ wenig weibliche Beiträge aufgefallen auf den Mailing-Listen. Das finde ich sehr schade. Einer von wenigen weiblichen Beiträgen kam dafür gleich von der NASA. Das macht einen dann doch wieder ein bisschen stolz zu sehen, dass X2Go auch noch bei der NASA eingesetzt wird. Und zwar nicht irgendwo, sondern gleich beim JPL, Jet Propulsion Laboratory. Da sind die Jungs und Mädels, die den Rover über den Mars fahren lassen. Was uns gerade akut fehlen, sind Mailing-Listen-Admins, Bug-Tracker-Admins, Wiki-Admins, Übersetzer, vor allem für exotischere Sprachen, abseits von Englisch, Französisch, Italienisch, was man vielleicht in der Schule hat, oder Spanisch. Natürlich auch Programmierer, aber tatsächlich brauchen wir diesen Bereich gerade viel dringender, vor allem die oberen drei Punkte, weil wir gerade massiv Programmierer-Ressourcen binden, weil die Programmierer nicht programmieren, sondern die drei Sachen hier machen müssen. Also wenn irgendjemand hier im Publikum sitzt, der sagt, ich möchte eigentlich in einem Open-Source-Projekt was Gutes tun, weil ich nutze selber viel Open-Source und möchte was zurückgeben, aber ich kann nicht programmieren, oder ich will nicht programmieren lernen, oder ich muss tagsüber schon die ganze Zeit programmieren, ich will nicht meine Freizeit auch noch programmieren. Wir haben genug Tätigkeiten, wo man nicht programmieren muss, wo man ein bisschen im Admin-Interface rumklicken muss, wo man uns auch wirklich stark entlasten würde. Genauso Orga machen für unsere Events. Wenn das nicht alles an mir hängen bleibt, ist auch schon wieder viel getan. Man hilft uns auch mit kommerziellen Aufträgen. Ich habe ja vorhin gesagt, meine Firma dazu ist quasi der kommerzielle Teil von X2Go. Man kann bei uns Feature-Requests einkippen oder Feature-Enhancements fordern, man kriegt bei uns Wartungs- und Support-Verträge. Wer also sagt, X2Go wird sich von meiner Firma vielleicht schon anbieten, aber ich möchte halt jemanden haben, der innerhalb von vier Stunden auf meine Mail antwortet, wenn man was nicht tut, das kriegen Sie bei uns. Sponsoring freut uns natürlich auch, sowohl finanzieller Art wie auch in Naturalien, also sprich irgendwelche Hardware zur Verfügung stellen. Man kann bei uns Goodies kaufen ab und zu mal, also hier heute haben wir keinen Verkauf, aber gelegentlich kriegen wir halt von Firmen Werbegeschenke, die wir dann weiterverkaufen und damit mal das Hosting finanzieren oder mal den Grillabend. Auch da freut uns natürlich alles, was wir kriegen können. Nochmal zu meiner Firma kurz zurück. Es gibt mehrere Dienstleister im X2Go-Bereich, mehrere kommerzielle Dienstleister. Ich lege Ihnen jetzt natürlich, nicht nur weil es ja ein bisschen Schleichwerbung für mich ist, meine Firma ans Herz. Der Knackpunkt ist der, ich bin wie gesagt auch der X2Go-Projektmanager aktuell und unser Konzept ist zu sagen, one face to the customer. Sie können zu uns kommen und wir übernehmen das ganze Handling im Hintergrund, auch wenn es Dinge sind, die wir nicht selber lösen können, sondern wo wir irgendwelche Freelancer aus dem X2Go-Projekt dazu mitbrauchen. Sie haben uns als Ansprechpartner, sie kriegen von uns die Rechnung, egal ob da drei, fünf oder zehn Leute dahinter stecken. Wenn Sie das bei einem von denen in Auftrag geben und der dann sagt, oh, das ist aber nicht mein Bereich, dann rennen Sie zum nächsten und zum übernächsten. Wir deckeln das Ganze, natürlich verlangen wir dann von dem Programmieren ein bisschen Nachlass, dass wir ein bisschen Provision dafür kriegen, aber dafür haben Sie halt nur genau einen Ansprechpartner und einen, der Ihnen die Rechnung stellt. Ja, das war mein Vortrag. Ich habe noch ein bisschen Luft bis zum nächsten Vortrag, wenn ich es richtig sehe. Also wer noch Fragen hat, gerne jetzt oder nachher wieder am Stand B2. Keine Wortmeldungen mehr? Habe ich alle erschlagen? Okay. Dann sage ich recht herzlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.